So, Moment, wenn wir hier, da können wir die Batterien auch so schieben. Ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, dass man die auch so rum... Das Problem ist, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, die umzusortieren. Ne, irgendwie weiß ich nicht hier, das Level ist irgendwie nicht machbar, ich weiß auch nicht wie. Also die anderen Level, die gehen noch, die normalen, aber das... Was soll das denn jetzt gehen? Wieso schon mal nicht? Ich muss irgendwie den da unten, muss ich ja hier rüber bewegen können. Ja, toll. Okay, an der kann ich mich nicht festhalten. Das macht es schwierig hier doch irgendwie. Weil hier, ich komme ja nicht in die Lücke da rein, da müsste ich irgendwie da rüber springen können. Ich kann auch nicht in die andere Richtung zurück, ne. Das heißt... So kann ich da zurück. Ja, dann kriege ich den nämlich hier rübergezogen auf die Art. Trägt den dann so hin. Und dann machen wir so. Ja, das ist natürlich schon... Was hat mir denn da ein Aufzug? Ich kann den nur bis hier ziehen. Kann ich da hingehen? Und dann geht's aber hier nicht weiter. Weil ich hier überhaupt keine Möglichkeit hab, zu drehen. Äh... Ja gut, da kann ich so... Aber das bringt mir ja nix, weil ich den dann nur wegschieben kann. Da krieg ich nur den gezogen. Das will ich ja auch nicht. Ähm... Ich kann nur hier rüber, wenn ich den da so ziehe, dann bin ich hier ja auch irgendwo stuck. Da einen von rüber zu ziehen über die Lücke geht eigentlich nicht, weil ich da nur den direkt reinziehen könnte. Das Problem ist, ich hab halt überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwas zu steuern, dann auf die Art. Ich kann die nur wegschieben, weil ich hab hier keinen Manövrierplatz. Wie soll man also den da rüberkriegen in diese Lücke? Da müsste der erst mal hier stehen. Diese Tür, da kann ich nicht ausmachen oder sowas. Oh. Ach so, ich starte hier einfach nur neu. Ja. Ja, wie soll man das denn schaffen? Manövrieren kann ich ja eigentlich nur unten. Und sonst nirgendwo. Ich muss den ja hier hinschieben, muss den dann irgendwie um die Ecke bringen. Was ich auch allerhöchstens von hier kann. Das heißt, ich muss den hier erstmal irgendwie einen hinkriegen und dann da an die Stelle hinkommen. Wenn wir den mal erstmal aus dem Weg schaffen. Machen wir das doch einfach so. Dann hätten wir das nämlich auch gemacht. Wir machen jetzt erstmal die Hauptlevel. Die anderen sind nämlich alle ein bisschen kniffliger. So, wie gehen wir da am besten vor? Den kann ich so schieben. Ja, wie kriege ich den am besten runter? Und das geht so irgendwie nicht. Schieben wir den erstmal hier hin. Dann gehen wir nach da. So, machen wir das doch mal. Und... Ach, dann laufe ich natürlich genau falsch. Also, wie hatte ich das jetzt gemacht? Den da hin. So. So. Dann hätten wir das nämlich auch gelöst. Dann, was ist das? Ein Block, durch den ich nur durchgreifen kann, wie es aussieht, aber nicht durchlaufen. Machen wir das doch so. Das heißt, wie komme ich da jetzt? So machen wir das. So. Die Nummero neun. Den kriege ich da irgendwie so nicht raus. Ja. Ich muss den wohl über da hinschieben. Aber wie kriege ich den ja jetzt wieder raus? Da ist er dann stuck. Das geht so auch nicht. Ich kriege ich denn so... dann probieren wir das doch mal irgendwie anders hier auf die art das heißt wie kriege ich den denn da auf das grüne muss ja irgendwie durch den anderen durchgreifen das muss doch irgendwie machbar sein aber wie zeit wieder wenn man so überhaupt keinen platz manövrieren hat kann den nicht da oben reinpacken oder kann ich ich kann den da oben reinpacken wenn der grüne da nicht wäre das heißt doch kann ich sogar aber wie kriege ich den jetzt wieder raus der grüne muss schon vorher irgendwie weg sein sonst kann ich nämlich überhaupt nicht rausziehen der müsste dann da oben sein aber da muss der grüne irgendwie muss nach hier hoch da kann ich den nicht hinbewegen weil hier nirgendwo platz ist um den da hin zu manövrieren kann ich ausschließlich hier unten lang schieben so machen wir es vielleicht mal so ne das klappt auch nicht ich muss den grünen halt erst da weg haben und dann müsste ich den irgendwie da hin aber dass er halt hier ist müsste ich den bewegen und dann gleichzeitig aber da in der lage sein durchzulaufen also irgendwie geht das so nicht hä wie soll man das denn schaffen ich kann den grünen ausschließlich hier hochziehen um einen so das geht ja auch nicht da komme ich ja nirgendwo mehr an den das war echt irgendwie ich weiß nicht was man da machen muss für ein kompliziertes manöver kann den halt da hochschieben kann den dann hier hinziehen da ist der grüne da oben und da will ich ihn ja nicht haben dass ich ihn da wieder wegkriege muss ich den anderen erst quasi hier rüberbringen und dann wenn der da ist kann ich den ja nicht mehr bewegen ich kann den grünen dann nicht mehr ziehen wenn ich den jetzt da weg schiebe ist das problem da lässt er sich überhaupt nicht mehr bewegen also wenn er hier wäre er muss da sein so ist das hier ganz toll